Blackout ist ein Modenunternehmen in der Schweiz, das für Fashion und Denimwear im Alltag steht. Wenn man Lust hat, kreativ zu arbeiten und sich mit einzubringen ins Unternehmen und in den Alltag, dann sind wir absolut richtig. Um bei Blackout dabei sein zu können, soll man auf jeden Fall teamfähig sein, kritikfähig, man soll Spass oder Arbeit haben, Initiativen mitnehmen, das ist das Wichtigste. Der erste Arbeitstag des neuen Teammitgliedes ist ein bisschen entspannt, wird die geführt in unsere Sonnename und wird dem neuen Team vorgestellt. Ich schätze Blackout, dass es so authentisch ist. Der Fokus bei Blackout liegt auf den Jeans-Modellen. Wir versuchen wirklich für alle Körperformen, Grössen und Vorlieben ein passendes Modell zu haben und wechseln auch regelmäßig. Wir bekommen immer wieder neue Modelle rein, damit wir immer up to date sind. Es gibt keinen Tag, an dem ich nicht gerne zur Arbeit gehe, weil selbst wenn es regnet, weiß ich, okay, ich habe Spaß mit meinen Kollegen, ich habe Spaß mit den Kunden. Die sind wirklich alle fantastisch und ich habe Spaß mit der Mode. Die Sachen, die wir verkaufen, die gefallen mir selber ja auch. Und das finde ich immer wichtig, dass man das verkauft und man selber auch gut findet, weil alles andere wäre dann aufzwingen. Und das ist halt nicht bei Blackout. Ich wünsche dir was, wir machen alles besser. Ich wünsche euch, Leute, das ist echt die Zukunft! Ich wünsche dir, was ich bin so sehr, ich wünsche euch, wäre es für dich. Ich wünsche euch was, wir sind ganz wichtig. Vielen Dank.